Naja, also viele Duisburger kennen mich ja von der Entwicklung des Möbelhauses, aber die Entwicklung ist leider schief gegangen. Wir kamen in die Stadt und fragten, ob wir willkommen sind. Die Meinung des OB und des Baudets war das. Und das erste, was passierte, die Stadt Duisburg schloss dann die Türen ab, hier vom Baudetsalat, das ist nicht weit weg von hier, da drüben, und sagten, wissen Sie, Herr Krieger, that's life. Und dann machten wir uns sozusagen auf der kleinen Flamme in außerpolentarischer Obelvision sozusagen mit den Parteien auf den Weg. Und es wurde dann auch was. Und siehe da, kurz vor Weihnachten zog dann die Stadt ein zweites Möbelhaus aus dem Sack. Und da haben wir dann gesagt, wir wollen investieren, aber nicht in eine Investitionsruine. Und damit war das Projekt tot. Und wie wir alle wissen, gab es ja dieses Unglück auf dem Gelände. Wir fühlten uns dann aber den, die verletzt, Tote in der Familie hatten, verpflichten und haben uns dann um das Denkmal gekümmert. Deshalb blieben wir auch in der Stadt. Und das war eine schwierige Operation. Aber alle Politiker waren dann auch sehr froh, dass sie mich hatten. Und ich dachte, wir kriegen das denn irgendwie noch hin. Und da haben es aber nicht hingekriegt. Ich habe der Stadt einen Brief geschrieben. Ich mache das, weil ich da persönlich überzeugt bin. Aber kommt ja nicht auf die Idee. Ich bin ein Mann von Ehre und fordert eines Tages von mir das Denkmal. Die Stadt eine Woche vor dem Ratsbeschluss kam dann aber doch auf die Idee, dies zu tun. Und dann war ich weg und kaufte in Düsseldorf ein Grundstück. Und dann war ich einfach verschwunden. Und das ist die Kurzfassung von fünf Jahren. Aber wie entstand dann die Idee für ein Outlet? Es wird zunächst mal geprüft, ob auch nur diese Sortimente, die als zulässig im Bebauungsplan und in den ergänzenden städtebaulichen Verträgen festgelegt sind, ob auch nur diese Sortimente verkauft waren oder ob auch andere Dinge verkauft wurden. Also ob Dinge verkauft wurden, die speziell für das Outlet produziert wurden, ob aktuelle Ware dort verkauft wurden. Das ist alles nicht zulässig. Das wird dort kontrolliert. Und ob die Flächen, ob diese Schuhe auf einer begrenzten Verkaufsleife, bestimmten, definierten begrenzten Verkaufsleife verkauft wurden oder ob die Fläche dort größer ist. Es werden von uns in jedem Laden drei Warenstichproben gezogen. Und der Mieter, die Marke, muss dann nachweisen anhand des Warenwirtschaftssystems oder anhand von Katalogen, was ist das für eine Ware, wo kommt diese Ware her, ist es tatsächlich Vorsaison, ist es zweite Wahl und so weiter. Das können Sie heute anhand der Warenwirtschaftssysteme sehr genau prüfen. Und wenn dagegen verstoßen wird, dann ist es strafbewehrt. Diese Strafe wird dann gegen den Outlet-Betreiber ausgesprochen und der nimmt natürlich seinen Mieter wieder in Regress. Und unsere Erfahrung ist die, die Standorte, die entsprechend kontrolliert werden, sind auch relativ sauber, was das angeht. Das habe ich auch im WDR gesagt, in dieser Reportage. Aber es gibt eine Reihe von Standorten, die sind völlig liberal in dem, was sie tun und machen können. Und da steckt natürlich ein Gefährdungspotenzial drin, weil sie von den Sortimenten her dann die Möglichkeit haben, relativ nahe an das auch zu rücken, was üblicherweise auch eine Image hat. Weitere Frage? Also ein bisschen unklar war jetzt, wie lange Sie schon diesen Zeitraum gestellt haben. Aber eine andere Sache. Sie sprechen von entfernten Stecken. Ja, in Oberhausen vor der Türe, da sind 500 Millionen Euro vom Bund in die Infrastruktur gesteckt worden. Dann hat Heli, der Investor, ein Engländer, 1,1 Milliarden 651 Millionen Gewinn nach England nach Hause genommen. Oberhausen ist die ärmste Stadt Deutschlands, mehrfach durch die Presse gegangen. Es sind Schwimmbäder beschlossen worden. Die Bürger sind benachteiligt. Es ist die ärmste Stadt Deutschlands, ganz nah von uns. Das schürt Ängste. So, wenn der Herr Krieger dieses Objekt da baut, hätte ich eine Idee. Oberhausen ist aufgebaut. Letzte Woche wurde für die Architekten Deutschlands in Oberhausen, in Essen, die grüne Stadt Essen gekürt. Unter anderem auf einem Drittel der Fläche, die hier gebaut werden soll. 2.500 Arbeitsplätze, 450 Wohnungseinheiten, Universitätserweiterung, Sachen, wo die jungen Menschen arbeiten wollen. Nicht in einer Shopping Mall. Würde ich meiner Tochter nicht wünschen, einen 450-Euro-Shop als Studentin anzunehmen. Sie will auf einem Campusgebiet, wie es in Essen ist, zum Beispiel arbeiten. Da haben wir ein Beispiel per excellence. Da wurde die Bahnfläche, die Sie ja da auch versiegeln müssen, die Sie ja auch in dem Video zeigen, zubetoniert. Es wurde ein Becken, ein Regenaufwandbetten gebaut. Eine grüne Fläche, wie Sie da auch haben. Und anschließend hat die Stadt Essen ein halbes Jahr gewartet und Kleininvestoren haben 450 Wohneinheiten geschaffen. Das finde ich ein Beispiel, was gut ist. Auch eine Anregung, es heißt immer, es gibt keine Alternative. Wir könnten hier ein Data Center haben von Microsoft. Ein DNA-Sequencing-Labor, was viel, viel mehr Geld in Duisburg einspielt. Nämlich ungefähr 800 Millionen jedes Jahr. Geld auf dieser Bahnhofsfläche können erwirtschaftet werden. Und weil sowohl medizinische Daten als auch steuerrechtliche Daten in Duisburg bleiben müssen. Und hier versteuert werden müssen. So, und da ist nämlich die Sache. Warum machen Sie nicht sowas? Das wäre doch viel sozialer. Und das würde doch dem Herrn Krieger bestimmt viel, viel mehr Spaß machen, so ein Projekt umzusetzen. Er kann doch noch mehr Geld verdienen. Nämlich, das sind ja dann 8 Milliarden in 10 Jahren. Und wir hätten mal ein Vorzeigeobjekt und wir hätten aus Oberhausen gelernt. Und wir könnten in Essen sogar noch Paroli wählen. Und so viel Unsinn auf einem Satz habe ich mein ganzes Leben nicht gehört. Ich verkaufe Ihnen das Grundstück, machen Sie es doch. Ja, für welchen Preis denn? Für welchen Preis denn? Sie haben es doch günstig erworben. Ja, so günstig waren Sie auch wieder nicht. Also, ich verkaufe Ihnen das zu dem Preis, wie ich es gekauft habe. Denken Sie an folgenden Satz. Wir waren hier längst weg, weil wir von der Stadt gearscht wurden, um es mal klar zu sagen. Aber wir fühlten uns verpflichtet, nachdem das Projekt Marxloh in die Hose gegangen ist. Wir wollen das ja auch gar nicht selber machen. Wir sitzen hier, weil wir glauben, das nicht zu können. Deshalb steht der Herr Sommer hier neben mir. Und wenn Sie glauben, ein Campus von der TU so und so oder Wohnungsbau oder eine grüne Insel, finde ich toll. Wer kann das nicht toll finden? Die Frage ist nur, ob Sie da einen finden, der auch dieses... Ja, bitte schön. So, wir werden doch von Ihnen hingehalten, von Ihrem Team. Ich habe die Bürgerinitiative am 13.03. eingeleitet, nachdem der Oberbürgermeister am 8. Februar, nachdem er am 1. Februar es durchgeschoben hat durch den Rat der Stadt, hier in dem Citypalais vor 450 Leuten gesagt hat, dann werden Sie Bürgermeister oder lassen Sie den Rat der Stadt wählen, wenn Sie noch was ändern wollen. Nur noch eine Bürgerinitiative konnte Sie stoppen. Nämlich in Oberhausen ist doch genau diese Sache auch durchgeschoben worden, ohne dass der Bürger noch mit eingreifen konnte. Wir wurden von A bis Z gelingt. Es sollten nur in 30 Wahllokalen die Wahlscheine für dieses DOC-Abstimmen ausgelegt werden. Komischerweise immer vor Wochenenden wurden die Sachen durchgeschoben. Unser Logo ist nicht auf den Wahlscheinen drauf. Und, und, und. Das sage ich mir doch. Das kann doch nicht normal sein. Entschuldigung, Alter. Die Geschichte ist doch wohl noch anders. Eine faire Auseinandersetzung in dieser Frage beginnt doch zunächst mal damit, dass man eine Frage formuliert, die der Bürger auch versteht. Fragen Sie doch mal hier im Zufall 50 Prozent, die hier anwiesen, wie sie mit Nein oder Ja oder was Nein oder Ja bedeutet. Jetzt wird mir ja schon ein Mikrofon. Nein. Das ist, Sie haben doch jetzt eine ganze Zeit geredet. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass wir miteinander... Die andere Stellung hatte ich ganz einfach formuliert am ersten, am 13.03. Ja zum DOC, Nein zum DOC. Diese andere Sache ist am 20.03. Durchs Rechtsamt erzwungen worden. Und da will ich gar keine Stellung jetzt dazu nehmen, weil das hat die zweite Gruppe. Herr Boris Roskothen und noch unser Dritter von der Initiative gesagt, das müsste so sein. Ich wage mich mittlerweile zu fragen, ob es so sein muss. Die eine Woche für die Unterschriften haben wir aber mehr bekommen. Und wir hatten außerdem nicht 22.000 Unterschriften, sondern 26.000 Unterschriften. Das ist doch wunderbar. Das Bürgergebären ist das scharfste Schwert der Bürgerbeteiligung überhaupt. Wenn der Bürger am Sonntag zum DOC Nein sagt und damit Ja meint, ungefähr Ja sagt und damit Nein meint, dann ist das Projekt tot. Punkt. Ausfeierabend. Das heißt, der Bürger hat dann gesprochen. Was wollen Sie noch mehr, um das Ding zu verhindern? Sie haben es jetzt in der Hand. Sie haben Hunderttausende von Werbung gemacht, um das DOC zu verhindern. Ist doch in Ordnung. Sie waren nicht bereit, Ihre Quellen offenzulegen. Herr Oberblichler ist doch neulich gefragt worden. Die Frage ist doch ganz einfach. Wer finanziert die Initiative? Also ich nicht. Null Euro. Null Euro.